Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Manuel am Abend Folge. Ja, ich muss dazu sagen, heute ist es so, bleib mal hier stehen, ja, ich muss dazu sagen, gestern wollte ich Manuel am Abend machen, hab's durch irgendeinen Grund vergessen, ja, aber immerhin, und ja, deswegen, wo ich das dann so vergessen habe, mit einem anderen Abend, hab ich natürlich gedacht, hm, wir kannst was machen, man vergisst ja auch schon mal was, aber in letzter Zeit, ja, das ist halt ein kleines bisschen mehr geworden, aber sonst, ja, egal. Und deswegen hab ich mir gedacht, dass ich jetzt einfach mal den Hintergrund wechseln werde. Hatte ich mir gedacht, wechsle ich den Hintergrund, aber das war natürlich auch nicht das Wahre. Deswegen hatte ich mir gedacht, hm, wechseln wir einfach nochmal den Hintergrund. Da dachte er jetzt, hm, so? Nee, auch nicht. Mach ich lieber den anderen Hintergrund. Den anderen Hintergrund hab ich gesagt, ich darauf so, diesen hier, ja, genau solch einen. Der klingt wesentlich besser und hat mehr Stil. Ja. Aber ich lauf trotzdem jetzt in diese Richtung. Manuel am Abend, Freunde. Jeder Tag, jeder Abend ist anders. Und natürlich, hm, 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 hm. Jeder Tag ist anders. Ich hatte gerade was im Hals, aber, ja, bevor ich mich hier wirklich überlaste, ich geh jetzt erstmal was trinken. Und, ja, so ist es manchmal mal am Abend, Freunde. Aber dafür lohnt es sich dann. Und für euch wird es sich jetzt nicht lohnen. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt euch gelohnt hat heute. Für Manuel am Abend, Fans. Aber eins kann ich sagen. Ich bedanke mich trotzdem heute fürs Zuschauen. Obwohl die Serie heute Morgen kommt. Und nicht wie sonst. So wie ihr es gewohnt seid. Aber immerhin. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Und ciao. Da, da, da. Oh, no.